Ich zeige Ihnen, wie Sie ein M2 2242 Speicherlaufwerk ohne Schrauben an einem M2 2280 Anschluss installieren können. Ich habe hier diesen Computer, der einen M2 Anschluss hat. Er hat die Schraube für die 2280 Modulversion, aber keine Schraube in der Mitte. Dieses M2 Modul ist also 42 mm lang, aber auf der Platine fehlt die Schraube dafür. Dazu benötige ich einen Extender, um ihn auf die Größe von 80 mm montieren zu können. Aber abonnieren Sie zuerst den Kanal, da ich jede Woche neue Videos veröffentliche. Was wir also brauchen werden, ist diese Komponente. Ein Extender für M2 Module. Dies dient zur Montage der 42 mm M2 Module. Und um dies zu montieren, müssen Sie das SSD Modul in diese Metallhalterungen einpassen, die das Modul an Ort und Stelle halten und perfekt in das Loch der Schraube passen. Wenn man nun die Länge des Moduls mit dem Extender misst, misst es nun 80 mm und ist nun mit dem M2 2280 Anschluss kompatibel. Wir stecken das Modul in den M2 Steckplatz. Setzen Sie es einfach in den Schlitz ein und drücken Sie es fest. Es muss jedoch noch mit einer Schraube befestigt werden. Und das Loch stimmt mit dem Schraubenloch überein. Drücken Sie auf das Modul, um die Halterung auf der Platine auszurichten, und setzen Sie die Schraube in das Loch ein. Ziehen Sie nun die Schraube nur noch mit einem Werkzeug fest. Und das Modul ist auf dem Computer installiert. Jetzt steht das M2 Modul senkrecht zur Computerplatine, sodass es eine gute Verbindung zum M2 Steckplatz des Computers herstellt. Wie man sieht, ist es perfekt montiert. Mit einer Länge von 80 mm, gesichert mit der Schraube für die 80 mm Größe. Mit diesem Extender können Sie also ein 42 mm M2 Modul auf einer Computerplatine montieren, die nur über die Schraube für ein 80 mm M2 Modul verfügt. Um es wieder zu entfernen, entfernen Sie einfach die Schraube. Und das Modul hebt sich. Und dann entfernen Sie einfach das Modul vom Computer. Wie Sie gesehen haben, ist die Montage des Moduls am Computer sehr einfach. Ich hoffe, dieses Video hat Ihnen geholfen zu erfahren, wie Sie kleine M2 Module auf einem Computer installieren können, der nur große Module unterstützt. So können Sie jede SSD M2 auf einem Computer mit M2 2280 Anschluss installieren. Abonnieren Sie jetzt den Kanal, um mehr über Technologie zu erfahren. Denn ich veröffentliche jede Woche neue Videos. So können Sie jetzt den Kanal, um die Schraube für 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 die Schraube.